Was bedeutet der Entgeltpunkt in der Rentenberechnung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Entgeltpunkte sind der entscheidende Faktor, nach dem sich die Höhe einer Rente berechnet. Für einen Entgeltpunkt muss sich im Jahr 2019 38.901 Euro brutto Jahreseinkommen als beitragspflichtiges Einkommen nachweisen. Entgeltpunkte gibt es für Beitragszeiten, für beitragsgeminderte Zeiten oder beitragsfreien Zeiten. Daneben noch diverse Zuschläge für andere rentenrechtliche Situationen und Einkünfte. Damit hängt die Höhe der Rente maßgeblich von der rechtlichen Bewertung der Entgeltpunkte ab, denn nicht nur das Arbeitseinkommen zählt für die Bewertung der Entgeltpunkte. Nur durch eine exakte Berechnung der Entgeltpunkte kann der Versicherte sicher sein, dass die Rente tatsächlich stimmt. Nutzen Sie für eine exakte Berechnung Ihrer Rente unser Angebot zur Rentenberechnung auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.